Hallo, das ist Naruto 286. Herzlich willkommen zu Naruto 2 Part 12. Und jetzt geht's da weiter, wo wir aufgebaut haben. So. Wir müssen jetzt zu nahe weiter suchen und... Äh, genau. Gehen wir erstmal dorthin und dann habe ich... Wenn es da nicht ist, dann kann ich mir denken, wo es ist. Ja. Grandma! Sarutobi-Sensei. Wo hast du den Ghetto Mark gelegt? Gram! Huh? No. You seem kind of spaced out. Oh. Oh, sorry. Is there something you wanted? Your assistant lady Shizune is looking for you. Shizune? She says you've been staying up all night reading books and stuff. She's really worried about you. I see. What is it you're reading about, anyway? I've been doing a little research. Man, you should get some sleep if you're that tired. Okay. You're right. Maybe I do need a little rest. Right, right. Good idea. Don't worry, I'll be sure to rest. Okay. Boah. Ich glaube, she's still over in heißen Quellen, wie ich gesehen habe. So. So. Was ist denn hier entlang? Ach, komm. Also, geh doch. So. Ach, sie ist gar nicht mehr hier. Geil. Ich bin nicht mehr. Ach, sie ist doch im Arsch. Das ist ja. Ich bin nicht mehr. Yo 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 Let's do it Oh Mal gucken How about this Was, Mission verfehlt? Ich muss auch Tausch machen, du vollidiot! Sechsmal Kunst des Tausches aus. Früher mehr als... Ach so! Ja, 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 okay, alles klar, ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe es kapiert, ja, ja. Ja. Was? Erstabend wirst du mich verarschen, Junge? Irgendwo, du kannst dich manchmal, ich probiere es noch einmal. Okay, ich darf mich nicht packen lassen von dem Penner. Ja, ich muss ihn schlagen und alles, aber ich darf mich nicht packen. Ich habe es kapiert, ich habe es kapiert, was geht. Ja, Junge! Wisst ihr was? Ich mache was anderes. Ihr könnt mich mal kreuzweise, aber das ist scheiße, sowas. Fail, fail. Mission failed. Hör auf mit dem scheiß Fail, fail, sonst pulle ich dir heute noch deine verfickte Fresse. Glaub mir das, Alter. Jo! 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 Ich werde die müssen, ich muss nicht mal mit dem scheiß Fail, fail. Du kannst nicht mal mit dem scheiß Fail, fail. Du kannst nicht mal mit dem scheiß Fail, fail. Du kannst den Buckel runterrutschen, Alter. Jo! 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 Ah, jetzt! Auf einmal! Hä? Nein, hier soll jetzt die, äh, Szenario-Ziel sein. Toller bin ich ja, aber... Äh... Hä? Hä? Oh, Naruto! Perfect timing! Just who I've been looking for! What? You... You've been looking for me? To ask me... Out on a date, maybe? Kakashi-sensei said to gather at the village gate. We're being sent out on a new mission. Huh? Uh... 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 Alles klar. Und... I should've known. Genau, das war's. Perfekt hier. Pfff... Na ehrlich, jetzt haben wir eigentlich eine neue Mission danach. Ehrlich, kann's mal wieder nochmal weitergehen hier. Sakura! Kakashi-sensei! So, du hast es geschafft, Naruto. Kakashi, wir sind alle hier. Kakashi? Hm? All right. Dann ist Team Kakashi bereit, um auf eine Mission zu setzen. Ja! Du schaust! Ich fokuss mich wie verrückt heute! Was ist das, Tsunade? The secret hiding place of the Jutsu Scroll? Yes. Please. I need you to tell me. Hm. There's a war going on. And many ninjas... Many ninjas are fighting and dying. Many of them are victims of forbidden Jutsus. Lord Hokage, I need to study these Jutsus in order to protect our ninjas from them. I sympathize with your dilemma, Tsunade. But you must understand. The scroll's hiding place is a secret known only to the Hokageis. We cannot tell just anyone of their location. Tsunade. 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 Your healing talents are sufficient. More than sufficient even without the scroll. But... Tsunade. Tsunade. That which you seek... Is protected by heroes. Sarutobi. Should the village, hidden in the leaves, ever be in Pallon, and for some reason, I am not around, you should go. Sarutobi-sensei. A dream. Is that the key to finding the ghetto mark? Sarutobi-sensei. Disturbance in the leaf! Find the third Okages' legacy, the ghetto mark, release! Ja, na also, das geht um mal Freisetzung. So, we're almost to the leaf village. Kakashi stood in our way before. But it appears we'll get through without a hitch this time. Even the most exceptional ninja can lose his edge in such a condition. Soon, soon, these arms will be restored. I love feeling all beat up and exhausted after a really tough mission. I wish all our missions were like today's. Don't you, Sakura? Only an idiot would wish that. Right, Kakashi-sensei? Kakashi-sensei? What's the matter, Kakashi-sensei? Yeah, is something bothering you? Well, adults have their own worries. You wouldn't understand. We wouldn't? You wouldn't know. It's not the only person you'd like. It's not the only person you'd like. It's not the people you're looking for. It's not the most of us. You wouldn't mind being on the South side. It's all-in-one. It's not the only person you'd like. Oh, yeah. Hey! Denkst du nicht, Akashi-sensei hat sich so etwas strange gestorben? Oh, du merkst das auch, Sakura? Es hat mich schon lange verletzt. Ich wundere, was es ist. Du kennst, Sakura, ich denke, ich weiß, wenn es angefangen hat. Huh? Er hat sich verrückt, seit dem 1-on-1-battle-training er uns gegeben. Jetzt, dass du es erwähnt hast.